Hast du gehört, dass der Pudel bleibt? Wie bitte? Der Pudel in Hamburg? Ja, unser Pudel. Wodka-Hansinn, super Schuss. Wo man gehört hat davon, dass er abgerissen wird? Ja. Oh mein Gott. Es ist nur so. Ah. Ah, hallo. Wir sind Sex Jones und Mile Me Death. Wir haben ja schon öfters im Pudel gespielt. Absolut. Und wir haben gehört, dass der Pudel bleibt. Der Pudel wird umgebaut. Und wir brauchen Spenden. Jede Spende zählt. Damit der Pudel bleiben kann und der Wahnsinn weitergehen kann. Gib an, gib ihn auch an. Pudel Club.